Razer! Finally, some sci-fi Mumbo-Jobs! Razer! Warte mal, wollen wir schon bis her zurückholen? Hm. Pass auf, oder? XL2 Razer-Pistole! Diese Waffe befindet sich noch in der Entwicklungsphase. Hat sich aber bisher als recht zuverlässig erwiesen. Vier Läufe Feuer nacheinander. So kann die Waffe lange Zeit Niedrigfrequenzen, Energieimpulse mit extrem hoher Schussfolge abgeben, ohne zu überhitzen. XL2 besteht gänzlich aus Titan und ist sowohl sehr leicht als auch nicht anfällig für das bekannte Überhitzungsproblem und damit eine hervorragende Energiewaffe. Anmerkung! Nützlich, um große Gebiete abzudecken und eine Vielzahl Gegner auf Distanz zu halten! Yay! Zum Beispiel Kamikaze? Vielleicht. Bei uns ist alles. Oh, hallo? Ich fang mir dann zuhaben. Oh, nee. Gegner Lines, wir wollen ja hier verbleiben. Einen großen Roten haben wir schon. Zweiten Level. Heilung. Es geht noch tiefer runter. Hey. Ja, der ist ein nerviger Raum. Ach, herrje. Das ist noch. Das ist die erste. Ja, vergiss. Es lässt ja eingeweiht werden. Ich bin nicht mehr gefasst. Oh, komm. Nee, schon. Leute, die unter Elexien leiden, dürfen das hier gar nicht spielen. Oh Gott. Das geht ja auch gerade viel zu schnell für meine Augen. Oh. Oh. Komm, ich habe die Heilung doch berührt. Was soll man schauen, um die Spiele zu fahren? Ja, was ist das? Ja, was ist das? Oh, Mann. Oh, Mann. Was ist das? Was ist das? Was denkt ihr denn? Die Helden bleiben, aber nein. Was zum Spaß macht, Spieler zu wählen. Oh, Mann. Oh, Mann. Was ist das? oh oh, es muss doch stehen ach nein, es kommen wir oh mein Gott wua 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 du hast doch einen Taku-Faker ich hätte gern Ultra-Statistiken wie oft ich am Ende von Chicken-Fakern getötet werde es sind auch gefährliche Kräfte meine Sohren melden mir gerimpfige Veränderungen in einer Luftzug der aus den Löchern in Wänden von uns herum auftritt pass gut auf ja, ein guter Tipp ich will zum Ausgang das ist der Eingang so nein, das Munitionspaket oh Gott so, ihr müsst auch ein Vol-Tilporter sein da ist eine Super-Rüstung ja ah, hier ist der Teleporter ah, hier ist der Teleporter da oben hier ist der Teleporter für die Rüstung das sind Glühwürmchen und werden Fackel hallo, Mr. Glühwürmchen ich habe gehört, du gibst mir Rüstung also nicht du, denn du bringst mich zu einem besseren Ort krass dann bring ich mich zu einem besseren Ort das, was sie sagt nicht ah Prostung, du schaffst es mit Glück ganz viel Glück okay, kein Glück hier geht es nicht ums Glück hier geht es um Präzession und das habe ich nicht das habe ich nicht oh nein das war sehr präzise untergefallen oh nein warte, muss er auspacken dann bin ich leichter hat damals schon im ersten Series Sam funktioniert ja da ist eine Spitze und yes okay du, Messer hab alles runtergeschubst heilig das Messer zur Strafe muss ich jetzt den nächsten Gegner mit Messer messern ah, Teleporter ist weg kein Wissen für mich ja, ist klar naja, hier ist ja noch eine andere Rüstung Hilfe! öffne ich zehn mehr, Kriegerraum oh, dann wird mein Gegner klingelt was soll ich dich denn? mehr! besser dich! ich hätte nicht gewöhnt oder zu keine Ahnung du bist eine Sau in Lebenskraft ich habe zumindest die Messer an ich habe Messern heißt ja hier im ganzen Amstich Amstich ist nicht Zangslos kein, auch noch Anstich ich habe ihn gemessert das soll mir immer vorwirft ich hätte mein Versprechen nicht gehalten Versprechen auch also ich den nächsten Gegner mit Messer messer also ja, wir müssen das aus Messern nämlich mit deinem Messer ja, ich habe auch Kettensäge Kettensäge Messern nein, eine Lebenskraft nein, eine Lebenskraft das klingelt Lebenskraft natürlich manchmal miteinander rutschen Apropos Kettensäge Apropos Kettensäge Apropos Kettensäge Apropos Kettensäge Apropos Kettensäge Äh, voll Einfohl Einfohl Äh, das Loch wackeliger Boden Okay, jetzt war's mein Gyroskop ist eben durchgedreht die macht es schon langweilig gewesen zu sein die haben ja NUR Fallen gebaut mhm dieser echt äh, dieser echt paranoide Palastschein von total paranoid Leuten gebaut worden zu sein was für eine Kombination ah ja, ich bin eigentlich auch paranoid ich würde so ausspülen, weil die überall sein könnten ich würde so klären, weil es das nimmst und abhöhnt und abhöhnt das ist einfach so und abhöhnt der Mainz Da ist ein demon Das war der nicht. Irgendwo... Hm. Hier ist nichts. Ich weiß, es gab einen zweiten Teleporter. Welche... ach da! Da unten ist Munition. Da ist noch eine große Munition unter der Brücke. Halbe Munition gefunden. Ich glaube, da war der Teleporter, den ich besucht habe. Hä? Warum sterbe ich in der Falle? Ist der Teleporter weg? Das Munition eingermelt noch? Oh, in der falsche Richtung ist. Wie bist du in die Klippe gegangen? Hä? Hä? Warum sterbe ich in der Unterfalle? Verstehe ich gar nicht. Ah, ich will eine Munition ran. Warum komm ich denn? Welcher Teleporter benutzen? Welcher Teleporter? Ach so, da ist er! Welcher Teleporter? Ich wusste es an der Frage. Ich wusste nicht mehr, wo genau. Das... Das ist ein... Das ist ein Secret. Das ist ein Secret. Ein Chickenfaker. Ich sehe nichts. Geheimenergie gefunden. Ach, Wendeltreppe. So, komm, wir gehen mit dem Gegner entgegen. Dann... Dann... ...packe ich... Oh, wieviel... Oh, du bist voll okay. Dann benutzen wir mal einen Javer! Oh, tot. Also, so viele Gegner waren es bisher nicht. Zeig nicht auf einmal, Sony. Ah, dann können wir wieder einen Klassenfahrt. Rufen wir mal hier. Vielleicht können wir nicht, dass alle auf einmal kommen, Chicken. Wie gesagt! Man, ja, jetzt kommen wir hier die Menge. Ja, bin ich auf einmal. Ach, geht hin. Ah, das ist ein weiter Weg. Oh! Oh, der Bus gibt's in der Kirche verloren. Hm. Dass das nicht so weit runter ging. Äh, wieder zurück. Für den nächsten Geheimnis. Das Behaltung sammeln. Auf jeden Fall mit Trägern. Wurte ihn nicht mal. Der Wurte ihm ist ein Gegner. 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 Der Wurte ihm ist ein kleiner Wart. So. Gut. Jetzt wieder runter. Die Wurte zurückgehen. Dann gehen wir zurück. Hm. Spulen wir zurück. Warum regeneriert sich meine Munition nicht? Wir spulen doch zurück. Zwei zurückgespult, oder? Nee, in einem Fenster muss man das hören können. Ich muss aus dem Fenster springen. Ich muss aus dem Fenster springen. Wo ist er denn? Hat er. Dem Fenster. Geh mal rein und hör mal zu. Ein Minitaufel. Kannst töten. Ein secret. Ich hör den nur psstpspspspspspspssagen. So. Headshot. Was, ich hab Martin getötet? Aber warum will ich jetzt das... Ich hab gerade von Kirche gesprochen. Ich bin nicht für verantwortlich, dass Martin zum Schieb. Nein, Martin! Okay, aus einem Grund habe ich jetzt das Geheimnis bekommen. Martin! Ja, ohne Schaden vor dem Fenster, das Geheimnis geht, mir ist für mich aufgefallen. Ja, kann sein, kann auch nicht mehr weiter. Ist schlimm, so lange wir das Secret haben. Ich ziehe den ganzen Weg hoch. Ja. Das ist eine sehr dunkle... ...Ruke hier. Ja. Die dunkelste Dunkelheit. Hallo, tschüss. Wow! Hey! Warte mal! Nein, klar. So, es gibt hier zwei Secrets. Okay, die Sieben ist Laser. Händelt ihr? Nicht dahin. Zwei Feuerstellen zerstören. Meine verlorenen Brüder. Snare Pinky? Oh mein Gott! Ich habe alle Pinky's Brüder. Ich habe alle Pinky's Brüder. Also da ist der eine, auf den ich versehentlich draufgetreten bin, Institute Gum. Ich werde zunächst wieder einen Teleporter, wie ich dir vorstelle. Es ist wieder Rüstung da über dir. Kann ich da einfach hinspringen, oder? Naja, einfach drüber laufen. Spingen. Fuh, 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 fuh. So. Ja, ich bin noch nicht schwindelfrei. Ah, jetzt bin ich jetzt der Letzten für dieses Gebiet. Es ist doch noch etwas. Leer für Laser Ross. Hm-hm. Ähh, wenn ihr mit der Flammenwerfer habt. Sagte sie mir gerade erst mal LASER! LASER MUNITION LASER MUNITION LASER MUNITION Halt nicht schreien nicht schreien nicht schreien Ich glaube das nächste Ziel war hier alle Feuerstellen zu... also alle Fakkeln zu zerstören So, ich hab hier noch ein bisschen nachkicken bewegt So, ich denke man muss jetzt alle Fakkeln zerstören Nicht weder hier oder im nächsten Bereich, ich weiß nicht mehr genau wo Sicherheiten halt alle zerstören in dem Gebiet Also ich weiß nicht mehr ob das hier war oder in der nächsten oder nach der nächsten made." Garnichts?" Doch, es hat den Schlucker auf in mir überschworen. Wenn nichts kam, dann halt in diesem Gebiet. So, ich glaube, das ist jetzt der letzte Kampfraum. Eine Tonne. Oh, das ist nun ja auch voll schlecht so. Mhm. Oh, so ein Signal ist hinter mir. Ja, das ist echt übertrieben mit dem Design. Als der Entwickler, wenn ich gleich angefangen muss, dann kommst du, oder? Fein schon, es kommt gleich. Wir haben noch Chicken Faker und sogar Riesen-Hümschen. Neb da draußen hier. Ja. Ja. Und die Flammen werfen auf das Gebiet. Ja. Ah ja, die Bullen auch noch. Kein Faker und auch kein Hähnchen. Hühnchen. CSM4-Screenshots sehen nicht da toll aus. Hast du schon noch gesehen, Screenshots? Okay. Oh, meins probierend. Oh, meins probierend. Oh, meins probierend. Hör. Verwirend, ey. Hauptsache, wieso kommt ihr denn? Was ist denn mit dem Zuh? Wieso bekommen wir das nicht? Belohnung. Fertig. Das Loch Newtons Albtraum. Das ist jetzt wirklich mal etwas Besonderes. Daran haben die Majas dran gearbeitet. Jetzt sehen wir die Welt mit den Augen einer Fliege, da die Stärkraft verrückt spielt. Und die offenbar an der Decke noch. Dann família die Aufstehen. Wir sehen uns in der Beschreibung. Dann schauen wir es noch nicht. Wir sehen uns heute im nächsten Video. Ah, die Tür ging leider nicht mehr auf. Ah, endlich draußen. Und zuhören. Oh, das Secret kommt in diesen Bereich. Das nehme ich auch vorerstellen. Hört zur Sicherheit, alle vorerstellen zu stören, die man sieht. Kein Sorge, ich sehe nur auf dem Boden. Oh, wow, von hinten. Nicht da. Also, von hinten in Hohne-Steuer. Und dann zu Price-Bug-Tex wieder einpacken. Hm. Ah, hier ist es. Ja, hier ist es gar nicht. So, letzter, Orina. Äh, hier war's vorerstellen. Da kommen ja die Doppelläufige, nehmen wir mal wieder. Geht auch ein bisschen Liebe, fällt mir nicht. Äh, irgendwo. Das Lochausgang. Sam, du wirst deinen Augen nicht trauen, wir sind jetzt ganz nah bei der Semperamide. Wir sind bei dem Hotel, das wir für unsere Revision brauchen, jetzt ganz nah. Wenn wir die Semperamide betreten, musst du den Kristallschädel auf einen Podest legen, um das Hotel zu aktivieren. Ja, endlich kommt der Schädel zum Einsatz. Wacke, dass ich getötet wurde. Ich spiel, ich spiel, ich spiel, ich spiel. Willst du so wenigstens? Ich kann die Wand von einem Weg spuren. Hm. Jetzt kommen wir auf, weißer Hünschens. Oh, hinter mir. So, hinter mir. Hangen wir in Hünschens? Ich bin gleich mit dem Missionen her, von den Keten hervor. Ach, tut mir, muss man dann nachher, verdammte Missionen. Die Maschine, die ja auch. Oh. Ich steig schon irgendwie hier. So, noch zwei. Noch zwei Lebenskugzeug. Oder auch nicht. Och nein. Äh, kann man auch noch eine Kugel. Ach, Mist. Und Dämonen natürlich. Ja, natürlich da oben auch noch. Da oben ist noch einer. Was ist das? Mir war es auf jeden Fall fast. Ja, geschafft. So, die letzten zwei Secrets sind hier auf der Seite. Sehr reset, wie aufgeregt. Oh, ja, da oben kommst du mit dem Teleport ein. So, Lebenskraft. Trisserts. Kann ich nicht kippen? Oh, okay. Pass auf. Oh, jaja. Ich kann noch nicht mehr von den Haaren. Oh! So, jetzt super helfsammeln. Für den Prank A. Und das letzte Secret. Glühelwürmchen Teleporter. Direkt hier vorne. Und dort bekommst du einen Superschaden. Heide Raketen, glaube ich, und Superschaden unter dir. Komm, ein bisschen spät, wird. Spiel. Na, dann hätten wir erst mal das andere überholt. Ich wusste leider nicht mehr, wo das kam mit dem Feuerwerk. Hm? Interessante Türe. Mhm. Wo ist weit? Pass auf, Steine! Oh! Da bin ich nicht mehr ausgewiesen. Ja, das ist schon im Sinn. Das ist ein bisschen. Nee, das ist. Shhhhhhhhhh Ja genau, am Anfang des Levels respawned. Was haben wir eigentlich für Info bekommen? Ey das Loch! Schlechte Nachricht! Jetzt ist es wohl an der Zeit für die schlechte Nachricht. Das Portal ist bewacht und zwar von keinem geringeren als dem großen Maya-Windgott Kukul Kahn. Kukul Kahn ist gar nicht so übel, aber er scheint zur falschen Zeit am falschen Ort zu sein. Er wird alles tun, um uns vom Portal fernzuhalten. Wir müssen natürlich auch damit rechnen, dass Truppen von mental in den Kampf eingreifen. Aber ich weiß hier nicht, wie Kukul Kahn auf sie reagieren würde. Aber wir müssen wohl glücklicherweise mit nichts rechnen, womit ein moderner Raketenwerfer nicht fertigt würde. Ja komm, Munition, da f... Jaaa... Oh, schön, dass ich außerhalb vom Tempel respawned bin. Ja, und sagt... Ähm... Kannst du doch mal rum? Ich habe mein Lieberleben verloren. Hm, da ist er auch. Wo wird das? Zum Schluss! ukan zum Schluss! Ich bin Schicht! Ich bin Schicht! Es ist so zuviel. Ich kann das ohne den Adel mir vorbeigelaufen. Hm... Na, Mann, Mann! Anstrahlte Geschwindigkeit! Ich liebe ihn! Die Klingeln am Boden und dann fährt der Boss. Das ist Paulin! Oh nein! Ich bin der Hauptsache. Ich bin der Hauptsache. Ich bin der Hauptsache. Ja, wir sind hier. Ja, wir sind hier. Ja, wir sind hier. Ja, wir sind hier. Oh, Mann. Ich kann hier mal nicht mehr, dass wir uns zu. Also. wie? das ist ja wohl auswählen, dann aktivieren weiß ich gar nicht ich hatte mich gar nicht dabei nein das wäre schon ein boss ab, die aktiviert passt nicht das war ein Schaffenspieler das war ein Schaffenspieler auch da ist ein bisschen ein bisschen Wo steht das Heimer? Wohin auf dem Ring. Wohin weiß ich, ist Wohin dabei, aber Ah, das ist ausgesucht, ausgewählt, gut. Wie war das nochmal? Wie, was war nochmal? Äh, Serious-Bombe. Ich hab keine gezündet. Ich war grad mit meinem Raptor und hab die Gegner auf dem Dach besnipert. Okay, hab ich dann reaktiviert? Ach, mit Null! Okay, schnell, das ist Null. Die Serious-Bombe. Wow. Wir haben's geschafft. Teleporter ist da. Ich hab viel von Posten mitbekommen, als ich ganzen Minions erledigt habe. Jupp, da ist der Teleporter. Yay. Neues Reich. Alles ist blau. Äh. Wir kommen im persischen Reich. Robby, wir haben unsere ganze Waffe verloren. Ja, es passiert noch hier im Teleporter, aber keine Sorge, im Laufe der Kamper, des Kapitels sammeln wir wieder ein. Wirst du vorlesen, oder sollen wir das aufsparen für nächste Aufnahmesession? Wir haben noch recht lange aufgenommen. Schon zehn, acht, vier. Oh, ich glaube, hinter dem Gebäude ist das Scharfschützengewehr, als Secret. Wie ist denn den Rappi krieg ich da zurück? Dann hab ich zwei Rappis. Einer. Oh, sieh, unten sehen wir schon das Level. Sehr schön. Sehr schön nach Allah. Ja, wir müssen in der Nähe von Babylon sein. Die Dame sind angewiesen. Die Sense. Ja. Wie? Wie? Wie kann ich auch immer noch machen? Hm. Ja, so wir. Wir müssen in der nächsten Aufnahme sprechen, wenn wir mal keine Weihnacht, wenn wir nicht nach der Sense suchen. Die war eigentlich der Name nochmal. Ich hab's vergessen. Ja, sie gilt das Kronos. Ja, sie gilt das Kronos. Ich hab den Namen vergessen. Ich hab auch schon lange nicht mehr taglich fest angemacht. Ja, wir müssen ja schon weitermachen. Ich muss immer noch meine anderen beiden Meisterschafts-Album schaffen kriegen. Trimdor müssen wir auch noch weitermachen. Oh ja. Tanz, Chicken, Tanz. Ich weiß nicht, äh, bei den letzten Ferien machen, aber irgendwie ist da aus nichts geworden. Mhm. Naja, die Zuschauer soll das nicht interessieren. Die werden davon eh nichts mitkriegen. Bei den Ferien? Machst du nicht Urlaub? Ja, mein ich. Okay. Bei deinem letzten Urlaub. Ja, da kann man schon wieder so viele Dinge zwischen. Da kann man wieder viele Dinge zwischen. Ja, was du schon auch noch mitkriegen werden, ist dieses wunderschöne Level in seiner nächsten Session. Mhm. Ja, vor allem schon auf dieses Level-Design da. Und rapp ich's hinten an. Das auch. Oh ja, dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Tschüss.